Ja, herzlich willkommen zu unserem Interview, das stattfindet als Teil des Projektes vom blauen Himmel über der Ruhr bis zur Energiewende, durchgeführt vom Ecologic-Institut mit starker Beteiligung der Econet-Forschungsinstitute. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass wir als einen weiteren Zeitzeugen heute Thomas Jahn bei uns haben, der Mitbegründer des Instituts für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt ist und Sprecher der Institutsleitung. Wo würden Sie die Anfänge der umweltpolitischen Forschung und Beratung in Deutschland verorten? Also die Anfänge der Umweltforschung. Und ich würde sie dort verorten, wo in Bezug auf ein gesellschaftliches Problem, das, sagen wir mal, das Etikett, den Namen Umweltproblem hatte, wie beispielsweise Atomenergie, Atomkraft, wo anhand bei einem solchen Problem Bürgerinitiativen und im Grunde, salopp gesagt, Ausläufe aus der Studentenbewegung aufeinander getroffen sind. In dieser Konstellation, da entsteht für mich die Umweltforschung. Vielleicht können Sie da noch etwas genauer darauf eingehen, auf diese Unterscheidung zwischen umweltpolitischer Forschung einerseits und Beratung andererseits, wo Sie sagen, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Also ich will es mal ein bisschen scharf stellen. In dem einen Sinne beziehe ich mich eher auf den Strang der institutionell-politischen Umweltpolitik, die einen Beratungsbedarf ausgelöst hat. Und dieser Beratungsbedarf, der hat sich sehr stark im Grunde auch dieser Umweltpolitik angeglichen. Er war staatstragend, er war vor, im Rahmen, oder fokussiert auf bestimmte Instrumente, Verfahren und so weiter und so fort. Und es gibt eben eine Geschichte der Umweltpolitik, in Anführungszeichen, die gebunden ist daran, wie Umweltprobleme überhaupt wahrgenommen werden, wer sie wahrnimmt, und die auf das engste mit einer Kritik entweder daran, dass etwas nicht getan wird, seitens des Staates, oder dass etwas getan wird, was nicht gewollt wird, entzündet. Und dieser zweite Blick auf das, was man Umweltpolitik jetzt erstmal nennen könnte, den habe ich sozusagen vor Augen, wenn ich sage, dass aus dieser Konstellation eine, von Anfang an anderer Typus von Umweltforschung entstanden ist, der sich nicht im Grunde, oder der sogar sich am Anfang in strikter Opposition zur Staatsnähe konstituiert hat. Da war ja der Begriff, wir machen Gegenwissenschaft, das war eine Wissenschaft im Sinne des Advokatentums, eingebunden in politische Kämpfe und Auseinandersetzungen. Und diese Art von Forschung, das halte ich doch für sinnvoll, dass man die zunächst erstmal doch deutlich unterscheidet von dieser erstgenannten. Wieso konnten das die bestehenden Wissenschaftsinstitutionen nicht leisten, dieser Nachfrage nachzukommen? Aber wenn ich das ironisch ausdrücke, weil die Abteilungen, die sich sozusagen im Sinne dieses eher traditionellen Verständnisses, was Umweltprobleme sind, dafür zuständig waren, das waren klassische Naturwissenschaften, klassische Ingenieursbereiche. Und die waren am weitesten entfernt und am schlechtesten darauf vorbereitet, sich kritisch auseinanderzusetzen mit den Sachverhalten, die ihnen gegeben wurden. Die waren konventionell und haben in einem ganz explizit naturwissenschaftlich-technischen Überhang die Dinge betrachtet, sozialwissenschaftlich völlig unterbelichtet und eben auch wenig bereit, einzelne Fragestellungen in größeren Ursachen- und Folgenkontext zu setzen. Und insofern hat sich da nach und nach eine naturwissenschaftlich-technisch-dominierte Umweltforschung aufgebaut. Das heißt, es gibt dann bestimmte Ereignisse, an denen diese beiden Stränge aufeinandertreffen. Und interessant ist, glaube ich, für die Dynamik der Umweltpolitik in Deutschland, die ja im Vergleich zu Europa als vorreitend und wunderbar gilt, dass sie anhand solcher Ereignisse durch eine hier in Deutschland sehr starke Ökologiebewegung und die sozialen Bewegungen überhaupt immer wieder unter Druck gesetzt wurde, auch die Problemstellungen zu hinterfragen und nicht nur am Ende eines Prozesses eine bestimmte Maßnahme vorzubereiten. Wir wollen uns dann ein bisschen mehr Richtung aufs Iso zu bewegen. Und ich wollte Sie bitten, ob Sie uns kurz zusammenfassen könnten, wie es zur Gründung des Iso kam. Also die auf den Punkt gebracht für die Gründungsgeschichte ist am besten, in das Jahr 1986 zu schauen. Dort nämlich hat sich die Forschungsgruppe Soziale Ökologie gegründet, aus der dann, aus Gründen, die ich gleich beschreiben werde, sich dann 1989 das Iso als eine gemeinnützige GmbH sozusagen entwickelt hat. 86, drei Stichworte. 86 ist erschienen, das Buch von Ulrich Beck, die Risikogesellschaft. Das würde ich bezeichnen als gewissermaßen eine sozialwissenschaftliche, soziologische oder weiter auch intellektuelle Innovation, die einen Blick darauf geworfen hat, sich genauer anzugucken, wie das, was wir Gesellschaft und das, was wir Natur nennen, miteinander verknüpft ist. 1986 war außerdem Tschernobyl und das finde ich für die Gründungsgeschichte des Iso unter zwei Aspekten wichtig. Erstens haben wir daran erste Untersuchungen gemacht für einen Forschungsstrang bei uns, der wichtig wurde. Unter dem englischen Titel hat er sich eingebürgert Gender and Environment. Nämlich, wir haben untersucht die Reaktionen in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auf die Informationspolitik, die nach und nach ja dann doch in Gang kam zu Tschernobyl. Und hochinteressant war zu sehen, wie die Geschlechter sehr, sehr unterschiedliche Rollen eingenommen haben, Verantwortlichkeiten eingenommen haben und wie wiederum das dann im Diskurs bewertet wurde. Und das Dritte ist, es war das Jahr der Gründung oder die Bildung der ersten rot-grünen Koalition und zwar in Hessen mit einer, mit Wurzeln aus der Sponti-Bewegung und in Frankfurt, aus der auch einer der Wurzeln zurückführen des Instituts, also eine gewisse Ähnlichkeit des politischen Kontextes zwischen den Grünen und Teilen derer, die das ISÖ dann mitgegründet haben und die Situation, dass politisch sich ein, wie in Neudeutsch sozusagen, Window of Opportunity eröffnet hat, etwas Bestimmtes in einem politischen Kontext als Vorschlag einzubringen. Und das war, alle drei Phänomene, alle drei Dinge gehören zur, das ist die Gründungskonstellation. Was ist die Vorgeschichte der Gründung? Da fiel vorhin das Stichwort, es gehört zu dieser Vorgeschichtung, denke ich, das politisch-intellektuelle, soziale Milieu in Frankfurt ganz zentral. Da gibt es die Tradition der kritischen Theorie, die in den 20er Jahren bereits, wenn auch ganz anders, trotzdem versucht hat, diese Frage zwischen Gesellschaft, Natur, Individuum in den Mittelpunkt der eigenen Überlegung zu stellen. Und man könnte da noch anderes dazu sagen. In Frankfurt gab es eine ganz starke, städtische Bewegung, eher würde ich heute sagen, nach 68, wo sehr viele Elemente eher in einem praktischen Sinne eine Rolle gespielt haben, die später von Bedeutsamkeit sind. Die Frage von Körperlichkeit, die Frage von elementaren Lebensformen, das sich Entfernens aus einer zu engen politischen, von viel zu engen politischen Vorstellungen hin auf Fragen, Veränderungen des Alltags etc. pp. und daneben sozusagen die Verarbeitung der Erfahrungen über die Startbahn West, die anders als in Wiel damals eine im Grunde sehr von der städtischen Bevölkerung mitgetragene Widerstandsbewegung gewesen ist und gleichzeitig auch viel pointierter zum Ausdruck gebracht hat, was das Aufbrechen der ökologischen Fragen insgesamt prägt, nämlich die Politisierung von Natur. Gut. Wir wollen uns dann so herantasten an die sozialökologische Forschung und welchen Einfluss sie gehabt hat in die Politik, auch in die akademische Welt. Und sie hatten schon zuvor darauf hingewiesen, dass sozialökologische Forschung ein Ansatz war, der sich in der universitären Forschungslandschaft zunächst nicht gut unterbringen ließ. Wie weit hat die sozialökologische Forschung und die Institute, die dahinterstehen, das ist ja vor allen Dingen ISÖ, aber auch IÖW und andere Institute, die sich darum verdient gemacht haben, wie weit hat das den Wissenschaftsbetrieb in Deutschland verändert? Ich glaube, es hat ihn ganz deutlich verändert, wenn auch nicht, sagen wir jetzt so umfassend, wie ich mir das gerne wünschen würde. Am Anfang, erwähnen wir jetzt auch holzschnittartig, am Anfang würde ich sagen Gegnerschaft. Schon ausgetrieben Begriff Gegenwissenschaft. Es gab dann eine Phase sozusagen, dass sich gegenseitig eher in Ruhe lassens, das nicht zur Kenntnisnehmens und es war für die etablierte Wissenschaft natürlich viel einfacher, als jetzt für diese kleinen Institute, weil das war viel zu marginal, was da passiert ist. Und dann, und da würde ich sagen, das fing etwa an, nachdem sozusagen diese erste Überwältigung aller Diskurse durch die Wiedervereinigung die Folgen dessen etwas abgeäppt war, also ab 92, 93, 94, wo einfach der Problemdruck wieder stärker auch in dem Bereich sich bemerkbar gemacht hat, da sozusagen haben diese Institute irgendwie was gemacht, was ich mutig fand, also damals in Ökoforum zusammengeschlossen, Institute, nämlich sie haben beschlossen, wir attackieren. Und waren ironischerweise ein Stück weit im Bündnis mit dem Wissenschaftsrat, der 1994 seine Untersuchung über die Umweltforschung in Westdeutschland bekannt gegeben hat und zum Schluss kommt, so geht es nicht weiter. Und in dieser Konstellation ist etwas vorbereitet worden, was 98 nach dem Regierungswechsel dann dazu geführt hat, dass erstmals, also immerhin, das muss man hoch anerkennen und da muss man den Namen Edelgard Bulman einfach aussprechen, dass erstmals ein Versuch unternommen wurde, diesen Forschungstyp spezifisch in Blick zu nehmen. Und das muss man sagen, so klein es anfing, hat das inzwischen doch eine starke Rückwirkung, nicht nur auf die Universitäten in der Forschung, nicht nur auf die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die über die Bund-Länder-Finanzierung grundfinanziert sind, sondern nach und nach auch in die Lehre. Und das finde ich großartig. Da nachzuhaken, was waren die Faktoren, die das dann möglich gemacht haben, dass 1999 zur Einrichtung dieses BMBF-Förderschwerpunkts kam? Sie haben erwähnt die Person Edelgard Bulman. Den Regierungswechsel, sind das die treibenden Faktoren? Oder weswegen war die Zeit reif für die sozial-ökologische Forschung? Im Grunde war da gewissermaßen das Gericht angerichtet. Das Essen war angerichtet, aber die Glocke nicht geläutet, zu Tisch zu gehen. Und das Anrichten, das war der Prozess eben nicht parteipolitisch, sondern alle Parlamentarier im Bundestag, die in dem Bereich Wissenschaft und Technologiepolitik in Ausschüssen saßen, anzusprechen und zu sagen, das geht nicht. Ist es so, dass die sozial-ökologische Forschung inzwischen im Mainstream, im Establishment angekommen ist? Nein, sie ist nicht angekommen, aber sie ist in Bewegung. Das gibt es also immer noch, ist immer noch da, diese marginalisierte Seite, das auch Nischenhafte, das Projekthafte, das ganz prekäre, unsichere. Und auf der anderen Seite gibt es eine Art von Mainstreaming, das ich auf der einen Seite ganz toll finde, weil da Pluralität entsteht und genau das auch eintritt, was wir uns gewünscht haben. Aber es ist auch die Frage, was darüber eigentlich auch an Kontur und Schärfe verloren geht. Und da sehe ich zwei Gefahren, nämlich, dass die Normativität im Grunde eine zu starke und unreflektierte Bedeutung in der Auswahl von Forschungsthemen im Forschungsfortgang und auch bei den Ergebnissen bekommt. Das ist das eine, was ich fürchte. Und das andere sind dann letztlich Etiketten, also Umetikettierungen, die nicht stimmen oder die Etikettenschwindel, sozusagen, die man als solche bezeichnen muss. Das heißt, dass etwas als transitive Nachhaltigkeitsforschung oder sozialökologische Forschung bezeichnet wird, dass eigentlich dann bestimmte kognitive Grundbestimmungen, die man doch einhalten müsste und methodische Voraussetzungen, die da sein müssten, nicht wirklich sich zum Anspruch nehmen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und gutes Fortschreiten für das Projekt. Vielen Dank.